ja hallo hallo es gab wieder ein update oder einen dayland balance data dings dafür wollen wir 40.000 ich sage einfach update und gut ist ja und zwar schon ein paar fraktionen angucken die mir ein bisschen am herzen lief vor allem astra militärum natürlich die imperialen agenten die custodes und dann mal so generell einen blick drüber werfen was ich noch geändert hat um vielleicht gibt es ja was interessantes fangen wir scrollen mal runter bei der sororitas hat sich einiges teurer geworden kann ich jetzt aber im detail nicht urteilen weil die custodes interessanterweise das ist gar nichts teurer wort nur sachen günstiger jetzt andet revolutionär aber ich hätte eigentlich gedacht dass da noch mal ein ganzes stück nach oben kommt weil ich habe kursos ein paar mal gespielt und ich glaube drei oder vier ich habe drei von vier spielen gewonnen ist ein spiel was verloren aber auch ganz knapp nur von daher und ich bin jetzt ich habe gerade eben gestern wieder gespielt und das war ein massaker dann machen wir einen spielbericht drüber also von daher die sind schon ich finde die ziemlich stark einfach einfach kann ich sein verspielen ich weiß dann also da da ist zumindest gedacht dass die ganz normalen custodes die dass die jetzt alle zehn punkte teurer werden ich hätte andere da ist ein bisschen fein tuning erwartet aber gott soll soll mir recht sein die werde ich vermutlich auch jetzt in der nächste zeit wieder öfter spielen weil ich mich bei wieder beim womps hammer turnier angemeldet habe und da schauen wir mal dann mechanikum kann ich gar nichts zu sagen titanen okay eldari kann ja nichts zu sagen astrametarum katemegge zu sagen und die bulgrins wurden teurer die o grenze wurden ein bisschen billiger wobei gerade bei den bulgrins da würde ich sagen für den gleichen preis gezahlt die grey knight terminatoren von daher ich glaube ich glaube die beim letzten spiel ist eigentlich mega überzeugt aber ich glaube die sind da doch ein ganzes stück ja besser wie die bulgrins vor allem als er triebsteig haben zum beispiel und so fährt panzerkommandant ist ein bisschen teurer geworden ja warum nicht wobei verstehe ich eigentlich jetzt verstehe ich gar nicht wieso was ich überhaupt nicht verstehe ist warum die senten als billiger geworden sind weil dieser eine von besten einheit überhaupt von astrametarum auch nach der letzten änderung zur bone soldier regel weil die sind als quoten und regimen das heißt auf alles wenn sie bewegen tödliche treffer die scouts und die können markieren was eine gute fähigkeit ist dann kann man alle die einser wie holen die sind das mit indirekten feuer sind jetzt immer ganz so stark weil das bisschen genervt worden ist aber ich finde immer noch trotzdem eine gute einheit auch flexibel von der bewaffnung her von raketenwerfer laser kanone autokanone ist voller arsenal mit tödlichen treffern wie gesagt also und können auch noch von jedem infanterie commander befehle empfangen heißt da brauche ich gar keinen panzerkommandanten um den noch mal zu waffen die sind wirklich super die scout senden als und da ich erwarte dass die toller werden interessant ach die es gibt ja noch die anderen senten als die gepanzerten die sind jetzt nicht billiger oder da hat sich nichts geändert die und die indirekten feuerwaffen die sind natürlich auch wieder ein bisschen billiger worden das war aber wie gesagt die wurde ein bisschen genervt wobei die das nicht mehr unbedingt betrifft sonderlich vor allem was das betroffen hat war die die war mal die baselisk und die baselis die konnte ja ich meine die trifft normal auf drei wenn sie stehen bleibt mit fehl konnte auf zwei treffen wollen wenn man ein zenten dazu hat heißt die konnte richtig viel schaden anrichten die batterie das ist ja das normale geschütz was mit dem kate an update kam die und der mercer die treffen normal immer auf die fünf und auch wenn sie stehen bleibt auf die vier das heißt sie treffen eh nicht besser wie kommt jetzt noch befehl geben das aber andersrum die ballistische fähigkeit fünf beide treffen dann auf die 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 wenn sie sich nicht bewegt haben auf die vier dann direkt schießen wieder auf die fünf mit befehl konnten ja dann auf die vier wieder treffen aber besser konnte die eh nicht treffen wir konnten markieren das wieder auf die da gewöhnen sie sogar auch wieder auf die drei treffen aber das ist dann schon ein bisschen viel aufwand für für ein paar mörser sozusagen von da die waren ja eh nicht so betroffen von dem update aber schön dass sie ein bisschen billiger sind vor allem was vielleicht interessant auch wird momentan werden eigentlich nur die mörser gespielt aber für 50 punkte könnte mir wieder fast die schweren waffenteams vorstellen vor allem sowas wie wie schwerer schwere bolter oder sowas die haben jetzt auch immer noch tödliche treffer gegen auch selbst bewegt haben die infanterie das könnten idee sei sowas wieder öfter zu verwenden von wie es billiger ist und sehr viel die batterie könnte auch fast die idee ist dann die 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 eine variante die direkt schießen kann und die anderen die direkt schießen können vielleicht für 50 punkte weil es ja zwei stück in dem team könnte man fast will ich auch sowas rein zu nehmen problem ist die sterben hat recht schon von daher ford world hat sich gar nichts geändert blacktemplar kann ich nichts zu sagen platte angels auch nicht dämonen aber nichts weltbewegendes die ritter die sind durch ganze bank ein stück billiger war und zwar vom die großen obwohl auch hier die 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 kleinen auch ein bisschen aber das war glaube ich nicht so die mega beliebt die die briganten die waren super vor allem weil die super gut getroffen haben dass sie die waren früher oder gab es nicht wo nur die drin waren so viel wie halt geht wie gesagt das problem ist immer dass sie groß ein bisschen unbeliebt sind dass eigentlich alle die kleinen spielen wollen war weiß ja bis jetzt hilft chaos space war ins die kultisten werden das sind die mutierten kultisten ist noch mal teurer worden die wurde schon letztes mal genervt und teurer gemacht und hat die fähigkeit verschlechtert und die dunkle kommune wird aber verschlechtert weiß ich was ganz interessant ist die legionäre die ach genau die 90 für die fünf passen aber welchen großer top haben wir ja spezialwaffen zum teil deswegen sind die groß trupps bilder und bei will auch mehr weniger die kleinen trupps sind einer funktionaler nicht zwei kleine trupps haben kann eine die aktion war dann trotzdem noch schießen oder eine ecke gehen irgendwas machen den großen trupp hat dann muss mich halt mehr entscheidend von da sind die großen trupps als ein bisschen bei denen das hat er weiß ich nicht teurer wie 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 billiger wie die kleinen trupps da kann ich so sagen dass gerade du karen ganze änderung da muss ich mal gucken wie sich die billiger 36 truppare armee bauen wie das auswirkt aber gut da kann ich so sagen auch bei den anderen sind die grenze nicht die imperial die imperialen agenten hat sich gar nichts geändert außerdem das eine das eine exaktion sport ist teurer worden und das sind die mit denen mit den knüppeln warum es gerade teurer geworden sind die sind halt recht beliebt als recht stabil sind ich habe heute auch nicht die tagen mein video dazu gemacht war was da wohl beliebt sein wird für 100 punkte für mich hat einen guten trupps space brains würde ich mal sagen hat dann nur die hälfte von modellen aber dann der space brains würde ich sagen da will ich ja zum beispiel zeit nämlich lieber am wo haben wir so jetzt ist das was gilt ihm für die space war es kostet gleich die können nach dem 3er safe normal die können alle schilder haben dann sind vier anwunder besser entweder schusswaffe oder nach dem knüppel oder energie waffe keine ahnung wo man die nehmen nehmen sollte ist ein bisschen schade weil ich gleich coole modelle aber so als zumindest in der imperialen melone dass ich das dann gar nicht mehr würde ich sagen wo sind sie hier genau für 85 ist ein jahr für 100 ich hätte eigentlich auch hier erwartet dass ich da bei den imperialen agenten das sind ganze stück billiger werden alle durch die bank zumindest als als nur inquisitions armee weil sie sind ziemlich manchmal ziemlich schwach empfehlt etwas gegen gegen große fahrzeuge oder sowas nur chimären mit hunter killermissile sind da nicht die lösung und die grey nines vermutlich auch nicht von daher erwartet dass etwas ändert aber dem ist leider nicht so imperialer ritter ähnlich wie bei den chaos sei es ihnen die großen sind billiger worden an karnis rex der werden alle möglichen armeen das recht beliebt weil der alleine recht stark ist ohne die wieder tätschen support aber der war gut anscheinend um die teuer worden und dann kann gar nichts zu sagen nekons will ich nichts zu sagen auch keine ahnung von space marines nichts spezielles das ist für mich noch mal interessant wenn die das watch umgearbeitet wird das soll ja im dezember irgendwas kommt und dann doch wieder space brin einheiten nehmen nehmen kann auch killermann ist billiger worden aber ja keine ahnung das wird man dann sehen was sich da tut tau blaue xenos interessiert mich auch nicht tausend sans das ist ein fischzeug wieder deswegen habe ich das was gebaut weil ich sehr oft gegen nekons und tyrannidenspiele das ist eine gute cnus zu töten ist schon ein grund world eaters wo kann ich noch viel zu sagen ja eine sache fällt mir gerade noch ein hier sind die tempestus aquilons jetzt drin hier habe ich mich auch überlebt durch die spielen soll aber da die meiner mann da die regel noch nirgendwo drin stand auch in der ebner und drin schon dachte ja lass was gut sein aber jetzt müsste eingearbeitet seien hier auch tempestus aber haben es 90 ja gesagt ich bin mal gespannt wie die sich machen ich finde es ein bisschen zu schwach für 90 punkte von waffen mäßig aber dass sie drei in stiefstreich haben man sagt geht das leben schwer weil es noch besser auskriegen muss ob jetzt 90 punkte das das wäre das einmal um hinterfallen die linien einfacher bekommen ist aber nicht fraglich ich bin ich mal gespannt die werden auf jeden fall im nächsten gardespiel mal mitgenommen wie sagt jetzt wo sozusagen offiziell ist gut ich hoffe das war interessant dann bis zum nächsten mal tschüss